Die rechte Hand geht hoch, Männer, die rechte Hand, anderes rechts, jawohl. Und die geht jetzt zwischen den Köpfen durch und er dreht, jawohl, und sie läuft um ihn rum. Dann geht die andere Hand hoch, zwischen den Köpfen. Du ein schönes Aufwand, ein schönes Vorhoffeln und rausdrehen. Gerne mal probieren. Ich als Mann gehe hier nach außen vor, hole sie aber hier gerade vor, zwischen meine Beine sozusagen, wenn man jetzt eine Linie ziehen würde. Das andere Bein bleibt erstmal in der Luft hängen, wir drehen uns auf diesen Schritt und gehen dann zurück zum Tippen. Rückplatz. Tanzt man oft im Disco-Fox, ist auch eine Art ein Grundschritt, eignet sich sehr gut in gewissen Figuren, wo viel Schwung drin ist. Dann dürft ihr ruhig so ein bisschen ausholen. Wenn wir das She Goes, She Goes tanzen, haben wir auch viel Schwung in die Musikschnelle. She Goes, She Goes. Eins, zwei, tap, tap. Eins, zwei, tap, tap. Wir haben hier die halbe Bläste und von hier, tap, tap, tap. Können wir Karussell fahren? Das ist auch der Schal mit einem anderen Einstieg. Man kann den Schal hier haben oder von hier aufs Soffelshang reisen. Ich sage danke fürs fleißige Tanzen und Schwitzen und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Bleibt gesund.